Stéphane Grappelli war ein französischer Jazz-Violinist. Leben Grappelli brachte sich als Jugendlicher selbst das Violin- und Klavierspiel bei und bestand, ohne jemals einen Lehrer gehabt zu haben. Die Aufnahmeprüfung für das Pariser Konservatorium. Hier studierte er zwischen 1924 und 1928. Während dieser Zeit und noch nach seinem Studium verdingte er sich als Musiker in Kinos und in Tanzbands, wie Gregory S.S. Gregorienz. Bis 1933 Django Reinhardt traf. Grappelli gründete gemeinsam mit Reinhardt das Quintette du Hot Club de France. Sie nahmen gemeinsam zahlreiche Schallplatten, unter anderem für das Label Swing, bis 1939 auf und feierten Konzert Erfolge. Als am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, befand sich die Band auf Konzert-Tournee in London. Reinhardt ging gleich nach Paris zurück, doch Grappelli blieb in England. In England gründete Grappelli eine neue Band mit dem jungen Pianisten George Shearing, die aus Arthur Young Swingette hervorging. Mit Reinhardt arbeitete er erst nach dem Krieg wieder zusammen, ohne jedoch Bandmitglied zu werden. Stefan Grappelli entwickelte sich in den 1950er und 1960er Jahren zu dem einflussreichsten Violinisten der Jazzszene und machte sein Instrument im Jazzhof fähig. Grappelli nahm fortan mit allen großen Jazzmusikern weltweit Schallplatten auf oder ging mit ihnen auf Tournee. Am 30. September 1966 brachte Duke Ellington mit dem Konzert Violin Summit die damals vier bekanntesten Violinisten auf die Bühne. In verschiedenen Sets traten neben Grappelli Staff Smith, Svent Asmussen und Jean Luce Ponti auf. Gemeinsam spielten sie It Don't Me Nothing. Grappelli ging von Mitte der 1970er bis in die 1990er Jahre häufig auf Konzert, Tourneen, zunächst mit D.I. Z.S. Lee. Er feierte seinen 86. Geburtstag mit Gary Burton, Martial Solal und Jean Luce Ponti. Er spielte bis kurz vor seinem Tod Studioaufnahmen ein, so 1975 ein Solo für Pink Floyds Album Wish You Were Here und 1979 Tivoli Gardens, Copenhagen, Denmark mit Joe Pass und Nils Henning Orstedt Pedersen. Seine letzte 1997 kurz vor seinem Tode eingespielte CD Celebrating Grappelli erschien Postum. Stefan Grappelli's Urne befindet sich im Kolumbarium des Friedhofes Père Lachaise in Paris. Diskographie Jungology Django Reinhardt The Chipsy Genius Stefan Grappelli and Django Reinhardt The Gold Edition Bill Coleman mit Django and Stefan Grappelli Gary Burton Stefan Grappelli Paris Encounter Stefan Grappelli Jean Luce Ponti Violin Summit No. 2 Stefan Grappelli Jovenuti Venue Pilly Blues Stefan Grappelli Philipp Katerine Larry Coyle Nils Henning Orstedt Pedersen Young Django Stefan Grappelli David Grisman Live at Berkeley Stefan Grappelli D.I.Z.S. Lee Live at Carnegie Hall Stefan Grappelli Martin Taylor We've got the world on a string Stefan Grappelli Stuff Smith Violin Schnuent Stefan Grappelli Michele Grant Stefan Grappelli Martin Taylor Reunion Stefan Grappelli Michel Petrucciani Flamingo Oskar Peterson Stefan Grappelli Skoll Elena Duran Stefan Grappelli Laurie Holloway Bach to the Beatles Alben unter eigenem Namen Unique Piano Session Paris 1955 Improvisations Afternoon in Paris Manu 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 D.M.S. Revis Hommage to Django Just One of Our Stings I got the album Shades of Django Saturn Doll Parisian Tora Fair Stefan Grappelli Encordes La at Carnegie Hall Uptown Dance Sonny Lester Collection Stefan Grappelli Gravis 80 Stefan Grappelli Vintage 1981 Just One of Our Stings Grappelli Plays George Gershon Fascinating Realm Live in San Francisco Classic Sessions Stefan Grappelli With Phil Woods And Louis Belzen Stefan Grappelli Plays Jerome Kern The Intimate Grappelli How Can You Miss With Louis Belzen And Phil Woods Jazz Round Midnight Milouan Mai Stefan Grappelli In Tokyo Stefan Grappelli 1992 Live Jazz Masters 85 in Still Swinging Live in The Blue Note Crazy Real Parisian Tora Fair